Weiter geht's in Untitled Goose Game. Wir müssen jetzt hier ein Glas klauen, was übrigens so eine Scheiß-Mission ist. Weil jeder, es muss sich nicht mal einer berühren und das Glas fällt direkt runter. Und du kannst die Aufgabe nochmal von neu machen. Wenn du sogar Pech hast wie ich im letzten Part, das Ganze. Hau ab. Du wirst nie einen Freund haben. Genauso wenig wie ich eine Freundin haben werde. Aber weißt du was, da steht man sich drüber. Amazon Lieferant? Nein, warte. Steht da Spaß da davor. Nein! 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 Und jetzt die einzigen Feinde, also der einzigste Feind eigentlich, ist dieser Typ da, wo ganz vorne immer Strande steht. Ey, weh, der steht ja jetzt schon wieder. Du hast keine Hobbys im Leben, oder? Renn, Gans, Renn. Ach komm, leck mich doch. Jetzt kommt der Amazon-Lieferant natürlich. Nein! Piss dich! Ich hasse den so krass. Du, kleine Gans! Nein, nein! 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 Oder warte. Oh! Pro-Gamer-Move, Bitch! Jetzt! Oh! Ich hab's endlich geschafft! Oh mein Gott! Geh in die Bar, klau ein. Das war so schlimm. Weil einmal davor hab ich's nämlich auch was hin verbrochen, weil ich nämlich mein Hals nicht so gedruckt hab. Oh Gott! Das war so schlimm. die Mission die wir schon haben mit dem Decke den Tisch die Mission habe ich doch schon ja jetzt macht das mit dem Glas mein Gott dieser Pub ist so schlimm oder halt die Bar was hat er mit der Kerze vor ach so ja den Tisch decken dann sagt er ist er noch nicht fertig ja ok gut jetzt hat er eigentlich alle Mission die ich auch schon habe hä er hat schon alle ja ok was gibt es denn hier noch zerbricht die Dartscheibe hol das Spielzeugboot ne er sitzt schon wieder davor lass mich da durch lass mich da durch Mann ich hasse dich so krass ey weißt du man war doch schon drin jetzt muss ich wieder auf die scheiß Amazon Bitch warten sie mal realisiert dass man ach du hörst mich wenn ich schleiche Mann wo ist denn die Amazon Bitch ne die regt mich grad voll auf wo ist die denn auch schon lange ne die ein sein hintern fällt Alter, du drehst dich doch mit dem Rücken zu mir. Fall auf deinen scheiß Hintern. Wo bleibt die? Hol das Spielzeugboot. Ja, das hole ich jetzt. Wo auch immer das ist. Wahrscheinlich ist es irgendwo da drin und da komme ich nicht rein. Die Amazon Bitch. Kommt das verkackt. Was soll denn hier denn rein jetzt sein? Alter. Jetzt bin ich wieder hier. Was für ein Spielzeugboot. Was für... Jetzt zerbricht die Dartschef. Würde ich ja gerne versuchen. Aber der Spaß lässt mich nicht rein. Alter, ich war doch schon drin. Boah, die Amazon Bitch kommt. Wie soll ich aber die Dartscheibe zerbrechen? Wie soll ich aber die Dartscheibe zerbrechen? Hä? Ja. Oh mein Gott, Alter ist der asozial. Das war schon drin. Das war schon drin. Ich kann mich nicht mehr rein. Das war schon drin. Das war schon drin. Und jetzt ist die Dartschef. Oh, okay, ich habe gerade einfach nur gehaumt. Hol das Spielzeugboot und sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Das ist wahrscheinlich der alte Mann, oder? Der sieht auf jeden Fall alt aus. Wo soll denn hier halt ein Spielzeugboot sein? Hi. Scheiße, da komme ich nicht rein. Ich war ja auch nur neugierig, weil die verstecken mich mal jetzt hier unten. Alter, Werbung, pisse dich. Seid mich! Welcher alte Mann denn? Oh, der setzt sich tatsächlich mal hin. Scheiße, ich habe sich gerade honken können wahrscheinlich. Zu früh. Zu früh. Ach so. Ja, okay. Gieße dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Welcher kräftige Mann? Ist der ganz vorne? Wenn ja, der hat auf jeden Fall verdient. Den Eimer über den Kopf. Okay. Okay. Dann bin ich im Eimer vor allem. Ich habe vorher im Eimer gesehen. War das nicht da oben irgendwo? Doch, tatsächlich. Oh Gott. Soll ich irgendwas mit dem Äpfel? Ich habe glaube ich eine Idee. Ich glaube der kräftige Mann ist wirklich der. Nur wo ist er? Lauf ganz. Lauf, ich hasse dich. Okay, was jetzt? Warte, geht der jetzt da rein? Okay, los geht's. Hong Kong Kong. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh. Was macht der jetzt? Was? Die gucken hier nach. Fuck. Scheiße. Warum sind hier gerade so viele? Hallo? Hallo? Aber wo geht es denn jetzt hier lang oder was hat sich mir jetzt geöffnet? Okay. Okay. What the fuck? Hallo? Hey! Was soll die Scheiße denn jetzt? Woher kommst du? Können wir nicht einfach einmal in Ruhe lassen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, jetzt nimmst du noch meine Gabel weg. Juckt mich eigentlich nicht. Ich hab die Mission eh schon weg. Ja, jetzt beeil dich mal. Alter. Warte mal kurz. Kann ich hier hoch? Ja. Okay. Hier kann ich den Saumann. Zacke! Scheiße! Lauf, ich hab auch was hingehompt. Hä? Achso. Okay, hier rein. Geh. Hä, wo bin ich denn jetzt? So, hier geht's lang. Okay. Hä, wo ist hier jetzt alles nachgestellt? Ja, das ist das, äh... Ja! Und das ist das Pub. Hä, ich hab voll kreativ. Da ist ne Glocke. Oh! Okay. Zieh du was? Ja? Komm, noch ein bisschen... bisschen ganz. Ja? Ja? Blau, die schöne Grüne. Die neue Aufgabe. Und trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Okay. 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 Den ganzen Weg? Hä, ist es nicht voll schwer dann vor allem noch? Hä, es wird bestimmt voll schwer sein. Okay, einfach noch nicht rennen. Hä? Achso, hier bin ich hoch. Sind die alle noch da? Sind wirklich noch alle da? Hallo? Was soll das denn? Ja, klar. Gott! Lass mich in Ruhe! Nein! Was soll das? Hey! Die habe ich nie etwas Schlimmes angetan. Okay, sie tut es da hinstellen. Alter! Was eine Bitch! Weil ich natürlich hier extra nichts... Und dann tut sie meine Glocke weg. Nee, ey. Ist das das Ende? Und wenn ja... Nicht gut. Also ist es süß, dass man den ganzen Weg nochmal... Das Dorf war echt süß. Warum ist es so laut? Lass mich! Ja, hast mich verloren jetzt. Blöde Bitch, Alter. Hau ab! Hau ab! Wieso gibt es dich? Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Ah ja, hier kann ich auch lang. Okay. Okay, gut. Was? Oh nein! Ich kann diese Abkürzung hier nicht nutzen! Nein! Ich kann keine Abkürzung hier nutzen! Dreh dich um! Nein! Ich hasse diese Glocke. Die ist verflucht nochmal laut. Was? Was? Achso, warte. Hier kann ich auch rein. Hä, was? Was? Also ich muss es ganz nochmal machen. Was? Was juckt dich die? Was juckt dich das? Was soll dies? Hallo? Ich check das Ende nicht. Wieso sind alle meine Wege verschwert? Oh, der Weg ist offen. Okay, gut. Oh nein, jetzt bin ich bei dieser nervigen Frau wahrscheinlich, ne? Wo ich den Hamsterkauf gemacht hab. Ja. Was? Wer bist du? Achso, die Nachrichtendinger. Ey, Mann! Okay, die tut sie da hinstellen. Ja. Oh mein Gott, dich hab ich nicht vermisst. Ja, komm, ich fick dich. Dreh dich doch um! Äh, ich kann nix machen! Die dreht sich nicht um! Oh ja, komm, geh weg! Ach komm, ey, warum musst du so Geräusche machen? Geh weg! Ich mach dir damit voll Angst, ich weiß. Der Garten. Dort, wo alles angefangen hat. Fuck! Falscher Knopf. Nein, was? Achso. Falscher Knopf zum Drucken. Oh Gott! Der hört das nicht? Falscher Knopf. Hier muss ich lange. Nein! Warum fliegt die jetzt hoch? Weil ich hinterfrag hier gerade so viel, weil ich mich an diesen Weg hier gar nicht erinnern kann. Aber hier scheint es anscheinend lang zu gehen. Hä? Es ist süß, aber wo soll ich lang? Das Ende ist verdammt süß, aber wo soll ich lang? Okay, jetzt bin ich voll im Garten. In die Brücke vielleicht. Ja, aber ich bin noch im Wasser gekommen, oder nicht? Guck! Also warte, kann ich hier weiter schwimmen? Ja, jetzt kann ich hier auf jeden Fall weiter schwimmen. Nee, Alter, wirklich. Ich weiß nicht. Oh. Ich bin sogar dran vorbeigelaufen. Ich zieg die Haut. Hier lang. LOL. Sorry. Ich kann mich einfach nur nicht mehr gut dran erinnern. Das ist das Problem. Aber egal, wir haben es ja jetzt. Hier lang. Wie viele Glocken hast du? Vielen Dank, dass du... Moment mal, was? Na, was? Das war wirklich das Ende. Was? Äh. Okay. Jetzt kommt mein Fazit dazu. Süßes Spiel. Süßes Spiel. Also wirklich echt ein tolles Spiel. Das Einzige, was mich halt frustriert hat, sind die Rätsel. Ich bin kein Fan von Rätsel. Aber einer ganz als die ganz. Aber es war ein sehr süßes Spiel, muss ich mal wieder sagen. Und... Honk. War auch wieder... Ein schönes Indie-Game eigentlich. War jetzt ein sehr kurzes Let's Play. Ich meine, vier Parts ist jetzt nicht wirklich lang. Aber... Ja. Was hätte man sonst daraus machen können? Ich meine, ein... Ich meine, ein... Ja, muss die Glocke hin. Ein Spiel, wo es die ganze Zeit nur Rätsel gibt? Nein. Das wäre ja auch blöd. Vier Rätsel. Ich glaube, das ist genug. Ich meine, die Gärtner, diese Stadt, noch die Nachbarn und der Papa am Ende. Aber ja, die haben auf jeden Fall... Vielen Dank, dass du unser Videospiel spielst. Kein Problem. Habe ich gerne gemacht. Ah, das sind zusätzliche. Aber ich glaube, die werde ich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur das Spiel durchspielen. Aber wisst ihr was? Wir machen noch eine Bonus-Folge. Die kommt dann auch noch online. Aber wir sehen uns im nächsten Mal von Untitled Goose Game. Und ciao.